Die Kämpfe rund um das AKW in der Ukraine haben weltweit große Besorgnis ausgelöst und die Internationale Atomenergieagentur auf den Plan gerufen. Es sei zwar kein Reaktor beschädigt und auch keine erhöhte Strahlung gemessen worden. Trotzdem erklärte IAEA-Chef Grossi, er wolle sich möglichst persönlich vor Ort ein Bild von der Lage machen. Ein Angriff auf das Gelände von Europas größtem Kernkraftwerk. Bilder, die Besorgnis auslösen. Die Internationale Atomenergiebehörde in Wien ändert den Tagesplan, beruft eine außerordentliche Pressekonferenz ein. Für uns, die IAEA, ist es jetzt Zeit zu handeln. Wir müssen etwas dagegen tun. Die Ukraine hat uns einen direkten Hilferuf geschickt. Bisher wurde keine erhöhte Radioaktivität im Umkreis des Kraftwerks gemessen. Die Sicherheitssysteme der sechs Reaktoren sind intakt. Dass Granatenbeschuss in der Nähe eines Kernkraftwerkes stattfindet, hält Nuklearexperte Professor Georg Steinhauser für äußerst gefährlich. Im schlimmsten Fall, wenn ein frisch in Betrieb gewesenes Brennelement einen Schaden nimmt und es zu einer Freisetzung zum Beispiel von radioaktivem Jod oder Telur oder so etwas kommt, dann kann das Ausmaße haben, die uns an Fukushima auf jeden Fall erinnern können. Saporizhia, das größte der vier ukrainischen AKW, ist nun unter Kontrolle russischer Soldaten, ebenso wie das stillgelegte Atomkraftwerk in Tschernobyl. Für die Atomenergiebehörde in Wien ist es derzeit das Wichtigste, den Kontakt zu den Beschäftigten im Mailer zu halten. IAEA-Chef Grossi will nun persönlich in die Ukraine reisen, um zu vermitteln. Für die Atomkraftwerk in Wien ist es derzeit das Wichtigste,